Hallo zusammen, herzlich willkommen hier bei uns. Wir nehmen euch heute mit in die spannende Welt der Allianz. Ich bin Vanessa, ich bin im zweiten Lehrjahr hier bei der Allianz und bin jetzt momentan für sechs Monate im Aussenlinst auf einer Generalagentur. Ich bin der Riccardo und bin im zweiten Lehrjahr als Informatiker bei der Allianz. Für das letzte Mal bin ich mutig gewesen, als ich auf England gegangen bin, um die Sprache mit Halt zu machen. Hallo zusammen, ich bin der Lukas Ackermann. Ich bin Informatiker im dritten Lehrjahr in der Fachrichtung Systemtechnik und bin jetzt in der Netzwerke abgeteilt. Die Allianz als Arbeitgeber macht aus die Flexibilität, das Vertrauen, das man von Anfang an hat und die Hilfsbereitschaft und die Zusammenarbeit mit den anderen. Ich habe mich zum ersten Mal mutig gefühlt, als ich in der Abteilung telefonieren musste. Bei der Allianz gefällt es mir am besten das grosse, moderne Gebäude und die grossen Arbeitsplätze. Ich würde sagen, als ich bei meiner Ausbildung wirklich mutig war, war ich im ersten Lehrjahr, also gerade am Ende des ersten Lehrjahres, als ich nachher ins Austauschjahr gegangen bin und ein Jahr in Kanada verbracht habe. Mut heisst für uns, unsere eigene Zukunft in die Hand zu nehmen und unseren eigenen Karriereweg zu starten. Und unseren eigenen Karriereweg zu starten. Ausbildung Ausbildung